Wanderung oder Wanderungsverkehr verboten ist. Das ist das Einzige, die hier auf dem... oder? Die bisher eigentlich auf der DAD-Aufserie kenn ich gar nicht. Die DAD-Aufserie ist leider hier defekt, oder? Oh man, schade. Schade, und die Leute wollen ich mal. Das ist auch sehr schade. Auch so eine S-Bahn.